Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt auf meinem Kanal, wir spielen Star Wars Outlaws. Auf das Spiel habe ich mich schon sehr gefreut, ich habe es in den Nachrichten verfolgt, habe mir die ersten Tests angesehen und das was ich da so gelesen habe und gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen und ich dachte, das Projekt mache ich als nächstes. Jetzt habe ich im Sommer ein bisschen eine Let's Play Pause gehabt und dachte ich, jetzt warte ich mal auf Outlaws, gerade schon als Star Wars Fan und die Story soll ja gut sein. Er soll zwar jetzt nicht unbedingt was bahnbrechend Neues machen, aber das was er macht, soll sehr gut sein. Okay, ich würde sagen, wir drücken Start und sagen Neues Spiel und lassen uns dann mal überraschen. Grafik alles soweit aufs Maximum, ich hoffe die Grafikate macht soweit mit und man hört sie nichts allzu sehr im Hintergrund. Denn die 4090 ist bei dem Spiel dann ein bisschen gestresst. Schaffe nicht sehr viele Spiele. Ich bin sehr verehrt, ich bin sehr süß. Oh, endlich ist Sarek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dorn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht's, Lirou. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Sarek Besh unsere Gewürzrouten ausbeutet. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Er kam immer zuerst, selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Sarek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert. Klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird wir gessen. Ja, das fängt ja schon mal ziemlich gut an. Oh, schaut's euch den Kleinen an. So süß. Oh, unruhig. Das klappt schon, ha? Dank, Farek. Wo ist das? Schon gut. Ja. Also, falls ihr das noch nicht gewusst habt, wir sind ne Kriminelle. Und wir werden entsprechend auch mit den Kartellen zu tun haben. Okay, da gibt's Sachen zu tun hier drin. Das ist ein Zuhause, I guess. Was ist das hier? Ach, genug geübt. Zeit für richtige Schlösser. Okay, da üben wir also. Schlussknacken. Das da? Der Polizeiscanner ist ruhig heute. Hoffentlich bleibt es so. Vermutlich nicht sehr lange. Ist das was zum Essen für ein Kleid? Wir brauchen richtiges Essen. Okay. Ja, ich hab auch Hunger. So, was haben wir denn hier? Kai, wir hatten eine Abmachung. Es war nicht billig, die Polizei von dem Fall abzuhalten, aber du hast nichts geliefert. Ich habe jeden Hehler im Arbeiterviertel gefragt und du hast bei allen nichts als Schulden. Du musst mit denen abbrechen, sonst wird mit dir abgerechnet. Ich gebe dir drei Tage. Sneem. Und wir sind wohl nicht sehr erfolgreich. Ja gut, dann gehen wir mal raus. Die Standard-Troiden kennen wir ja natürlich. Ob der uns dann im Kampf helfen wird? Ja, das ist jetzt... Nicht die Beste bleibe hier. Mal schauen. Ach, eine Kantine ist das hier. Für welchen Tag? Das war ja auch im Test drin. Man muss teilweise bei den Leuten wirklich zuhören, was sie so sagen, für diverse Nebenaktivitäten. Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne sie nicht. Gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Na, Bram? Ist das für mich? Nein. Aber das hier. Ah. Mein Datenstift. Ja. Er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Andere Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Huf. Mach dir was zu essen. Und ich besorg dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Ah, scheint eigentlich ganz nett zu sein. Ich habe übrigens nebenbei GPU-Z offen, weil die Grafikkarte beim allerersten Test doch ein bisschen geheult hat. Wir sind jetzt bei einer Auslastung von 97%. Bei einer 40,90, ne? Gut, ich spiel's in 4K und ich nehme im Hintergrund auch noch in 4K auf. Aber trotzdem. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Können wir vielleicht da mal reingucken? Mh, lecker Küche. Okay. Keine Ahnung, was das alles da ist. Aber sieht fragwürdig aus. Ist das nicht etwas zu viel Bohnter-Gewürz? Soll ich mal für dich probieren? Äh, äh. Vergiss es, Kay. Mir egal, was Bram sagt. Schnorr dich irgendwo anders durch. Okay. Aber ein bisschen dampfig hier drin. So ein Rauchabzug wäre jetzt nicht ganz so schlecht. Jetzt, äh, ich muss zeigen, was interessant ist. Was ist das? Musikbox. Hm. Räume von Thala. Magst du das? Ja. Okay, cool. Ja, da kann man dann vermutlich die Wetten hier machen. Oh, ich könnte das auch machen. Cool. Äh. Boah. Shit. Form erschöpft. Energie geladen. Rängengeschichte. Zwei, vier, fünf, sechs, sechs. Kern gesund. Hm. Ich geh mal... Ich geh mal auf Ian. Ja, wie kann ich denn Einsatz hier ändern? Ach so, ich hab leider noch für... Ja, gut. Ja, ist so gut. Komm schon. Ja, geil. Erstmal Blutspiele am Anfang. Das sieht nicht so gut aus. Komm, 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 komm. Es macht Spaß, die unglaubliche Konzentration aller Reiter zu sehen. Ich hab das in echt ja noch nie gesehen. Ich hab das nicht gemobbt. Ja, nice. Ja, cool. Also, wir haben jetzt schon mal Geld gemacht. Let's die Credits. Oh, holy. Und da kommt schon wir so gut. So. Ich hab aber immer noch... Mit deinem kaputten Datenstift kommen wir nicht weit. Komm, Nix. Wir gehen zu Brebern. Dann brechen wir in den Club Casus ein und stehen die gefälschten ID-Karten aus dem Safe. Okay. Mit etwas Glück kommen wir damit auf ein Shuttle zu den Kernwelten. Braucht der der Gietze. Na, so auch noch Schrott sammeln. Ich will ja mal ganz kurz nach da hinten gehen. Okay. Noch mehr Schrott. Moin. Halt die Kuh gedruckt, um alle Aktionen zu sehen, die Nix aktuell ausführen können. In verschiedenen Situationen kann Nix unterschiedliche Aktionen ausführen. Können wir das alles tun? Hängen wir das? Streicheln. Entspannen Sie sich. Der Neuling wird sicher auftauchen. No. Ja, okay. Okay, okay. Das geht um euch. Oh, die konnte ich auch streicheln. Oh. Süß. Sehr. Sonst was Interessants? Das ist auch streicheln. Machen wir da auch mit. Und ich kann mich da einfach dazu setzen. Moment. Der Kleine hat stehen. Nix. Hol die Beute. Auf dich ist verlassen, Nix. Was? Moment mal. Das ist jetzt irgendwie... Achso, er hat das automatisch mitgegeben. Alter, wie geil. Geht's hier durch? Nö. Okay. Geht es hier auch irgendwo? Nö. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal in die Richtung. Oh, da ist auch was. Eine Energiezelle. Was denn? Die Rechnung. Für die drei Meilo-Huhen, die dein kleiner Wirbelwind letzte Woche stibitzt hat. Hey, du weißt doch gar nicht, ob nix das war. Sowas wie ihn gibt's nur einmal. Du solltest bald bezahlen. Sonst komm ich ihn mir holen. Ja, wie viel ist es denn? Okay, danke für die Info. Was haben wir hier? Noch mehr Schrott. Kann ich hier noch was extra machen? Nö, und stehlen tun wir nur... ...um Empyren, so wie es aussieht. Alte Tab gedrückt, um das Standort des Ziels anzuzeigen. Da hinten. Ja gut, ich seh's auch so auf dem Marker. Was ist mit dir los? Ich hab zu tun. Hör mir einfach zu. Ich hab ne Stelle in meiner Rohrschrubbermannschaft frei. Der Druide bleibt öfter stecken und ich brauch jemanden, der gut kriechen kann. Harte, aber ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. Klar, die hast du immer, Kay. Hm. Okay. Jetzt muss ich aber effektiv mal angesehen. Das ist schon schön gemacht hier. Oh. Oh. Guter Junge. Nice. Oh, ich glaube, ich will jetzt noch keine Kleidung haben. Kommst, Ständler. Und wir haben Rennen. Oh, Essensgüche. Will ich... Ach komm. Lass mal in die Richtung... Oh ja. Lass mal stehlen. Müssen ich einfach nur Q drücken? Irgendwann? Hm. Ja, jetzt haben wir immerhin schon 94 Credits. Nice. Nice. Ah, wo? Er da? Nee, R2, D2. Hast du das? Nee. Oh, da gibt's noch mehr von den Kollegen. Komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind die sechste Sippe oder Gefängnis. Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Treban, hilf mir ein letztes Mal. Dann wirst du mich für immer los. Ja, gut. Ich hab ein paar Credits. Um wie viel reden wir? Ich hab doch schon ein paar. Ah. Oh, nicht nur. Okay. Dann kann man doch irgendwo wachen. Hier nicht. Vielleicht da hinten irgendwo. Der nächste Laden. Das ist eine Sackgasse. Hm, hier hinten? Ich hab nachts scheinlich die Rennvorbereitung. Ah, da haben wir noch was. Ich nehm jetzt einfach mal den Schrott mit. Gut, drüber schlüsseln. Okay. War es dicht. Oh, was? Cool. Entschuldigung. Nice. So, ich drück jetzt einfach mal sofort Q. Um zu schauen, ob es einen Unterschied macht. Ja. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Das hab ich noch nie gesehen. Oh. Oh. Oh, ja. Oh, das ist so cute. Oh, das ist so cute. Okay, komm. Silly, da wär ich wieder. Oh, der Halsabschneider. Hey, Preban. Ich hab die Kredite. Wata. Chubakawa, Biasa, Jebe, Chutpa, Sabata. Ah, okay. Das war ja simpel. Wie? Für den Weg in den Club Tasos. All die ID-Karte aus dem Club Tasos. Das ist unser Ticket in die Freiheit, Nix. Und im Handumdrehen sind wir reich. Ja, I guess, das wird schief gehen. Oh, aber in geht's nicht. Welche Gasse genau? Meinst du? Hinter dem Club. Hm. Kann ich da durch? Nö. Silly. Viel los heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. Gut, das ist sicher nicht die Weg zu gehen. Komm, Nix. Suchen wir unseren eigenen Eingang. Wahnsinn. Wo ist diese... Oh, schau. Ja, das sieht so nach einer Gasse aus, aber da komm ich halt nicht rein. Oh, hier scheinen wir durchzupassen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ähm. Okay, drücken wir mal F1. Höf das rhythmische Muster und drücke jeweils synchron zu jedem Beat im Loop auf linke Maus. Du kannst nach links und rechts gucken. Oh, okay. Hä? Du, du, du. Du, du, du. Komm, Nix. Ah, warte mal. Was ist, wenn ich da hier Hilfe mit einschalte? Was passiert dann? Nicht so viel, ne? Ach, ich hasse sowas. Komm jetzt. Sag mal, wie oft muss ich denn das hier machen? Ah, ich und der Rhythmus, ne? Er einfach nicht vorhanden ist. Mann. Okay. Gott, wir haben es. Das hat viel zu lange gedauert. Festhalten, nix. Es geht aufwärts. Hm. Und die Sachen, was der erwähnt hat? Warte mal. Ach so. Ah. Einfach ein absoluter Profi. Einmal rüber hier. Söterle. Das wäre geschafft. Ah. Dankeschön. Moment, was ist das hier? Ach so, das ist einfach nur zum Zumachen. Gut. Sonst irgendwas Interessantes? Ne. Ah. Let's toilet. Okay, geil. Kann man ja selber hier mit einschließen. So. Wohin? Moin. Was denn? Okay, gut. Gespräch zu Ende. Hm. Ja, gehen wir runter. Verhalte dich unauffällig. Wir kommen jeden Tag hierher. Natürlich. Ach, fast da. Die ID-Karte ist im Büro vom Boss. Ja, es sieht ja gar nicht mal so schlecht aus hier. Nur, dass die Party recht schnell vorbei sein wird für uns. So, let's see. Oh, der will vielleicht auch stehen. So, mach mal. Tch. Gut gemacht, Nix. Hm. Eine Schlüsselkarte für das Lager. Nach Drehbandsplänen führen die Luftschächte von hier aus zum Büro. Ah, das ist doch mal ein bisschen still. Wie kann der das? Also, die KI ist natürlich dezent dämlich hier drin. Aber okay. Okay. Es läuft alles ein bisschen zu gut. Und doch. Ähm. Wieso kann ich das mit Q nicht mehr machen? Nichts an die Gegner können durch einen Niederschlag ausgeschaltet werden. Okay. Kann ich jetzt ausrauben? Hm. Nö. Das Büro vom Chef. Und es wird nicht mehr bewacht, als wie die eine Dude da. Gut. Knacken wir das Schloss. Schnappen uns die ID-Karte und verschwinden. Ach, nee. Ach, nee. Okay. 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 Ich hasse das. Mann. 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 Ich ohne Rätsel, ne? Fuck. Ah, netz. Alter, ich hasse diese Dinger. Ich glaube, ich werde das im Video dann konsequent herausstreichen. Ach, Mann! Oder was natürlich auch geil wäre, eine Option, das komplett zu deaktivieren. Aber ich glaube, das nimmt ein bisschen den Spielspaß, weil ich glaube, wir können ja auch entdeckt werden. Deswegen können wir ja also nach links und rechts gucken. Sag einmal, muss ich das einfach direkt zweimal hintereinander machen? Oh ja, war ja klar. Oh, shit. So, haben wir's? Was gibt's hier? Okay, wir sind voll mit... Was auch immer das da ist. Ah, ist das hier eine Gasse? So war das nicht geplant. Was hab ich nur getan? Ja, nicht das Schlaueste. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ihr ein Abo da. Und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.